A Clockwork Orange, das diesjährige Projekt der Theaterwerkstatt der Richard-Müller-Schule, hat am Dienstag im Probsteilhaus Petersberg seine Premiere gefeiert. Das Stück, welches die Schüler frei nach dem Roman von Anthony Burgess erarbeiteten, handelt von der jungen, gewalttätigen Alex, welche grausige Taten verübt und dafür im Gefängnis landet. Als die Haftstrafe bei ihr jedoch nicht anschlägt, wird sie Versuchskaninchen in einem Gehirnwäscheprogramm der Regierung, dem Ludovico-Experiment, in dem aus ihr gewaltsam ein guter Mensch geformt wird. Die Story rüttelt auf, stellt Fragen. Soll der Mensch gut sein oder soll er sich frei für das Gute entscheiden? Neben vielen Elementen wie Musik, Tanz, Projektion, steht auch die Interaktion mit dem Publikum im Fokus der Schüler. Die Fragen, die diese düstere Dystopie aufwirft, gehen jeden etwas an, eben auch das Premierenpublikum im Probsteilhaus. Am Ende steht der verdiente Applaus und die Aussicht auf weitere Vorstellungen am Mittwoch und Donnerstag.